Musik Also Mountainbiken ist für mich der perfekte Ausgleich zum Arbeiten, der perfekte Ausgleich zum Stress ist und ich liebe es so in der Natur rumzufahren, mich zu erholen, es tut einfach gut. Und Emeter und Bike Arena, wenn man mal da war, weisst du wieso es so cool ist. Perfekte Aussicht, perfekte Landschaft, du kannst extrem viel machen, ob du alleine kommst oder mit der Familie kommst, ist eigentlich wurscht. Es ist einfach cool hier oben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bike, weil ich mit meinen Kollegen in die Natur rausgehen kann, dort Emotionen erleben, wir haben Adrenalin, man hat so viele Erlebnisse, schöne Bergerestaurante, wo man lachen kann über das Erlebte. Und hier nach Emotionen komme ich gerne, weil es auf sehr engem Raum hat, interessante Trainingsmöglichkeiten auf dem Boot Trail und dem Natural Trail, wo man verschiedene Schwierigkeiten testen kann. Man kann diese je einmal fahren und kann sich dort dann fahrtechnisch verbessern. Musik 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 Musik